Am Borster Hüsens Camping, der nur ein Katzensprung vom Strand entfernt liegt, lebt die ganze Familie bequem. Mit einer herrlichen Aussicht ist es leicht, nach unserer Ansicht nach auf einem der schönsten Campingplätze in Schweden sich wohlzufühlen. In einer schönen Umgebung, reich an Naturschönheiten, bieten wir über 350 Plätze an. Alle in der Nähe vom Servicegebäude, Geschäft und Restaurant. Übernachten Sie in einem unserer gemütlichen Sommerhäusern mit Terrasse und Gartenmöbeln. Oder übernachten Sie in unserer beliebten Anlage mit Schlafsälen, die direkt neben dem Wald und nur 50 Meter vom Meer entfernt liegt. Am Borster Hüsens Campingplatz gibt es immer etwas zu erleben. Nehmen Sie ein erfrischendes Bad am Badesteg oder an unserem familienfreundlichen Badestrand. Zweimal pro Woche können Sie in der Hauptsaison Livemusik mit Tanz geniessen. Der Campingplatz liegt in Borster Hüsens, ein kleines idyllisches Fischerdorf nördlich von Lanskluna. Hier können Sie die Ruhe geniessen. Erkunden Sie die wunderschönen Gassen des Fischerdorfes. Oder besuchen Sie das beliebte Strandbad Zement. Werfen Sie einen Blick auf den Hafen. Dort finden Sie zwei Restaurants, eine Kunstgalerie und ein Museum mit Borster Hüsens Geschichte. Hier liegt auch einer der schönsten und gepflegtesten Golfplätze Schwedens. Und es ist eben gerade die Landschaft und die Nähe zum Meer, was Borster Hüsens so besonders macht. Hier gibt es viele Spazier- und Wanderwege. Und nur wenige hundert Meter vom Campingplatz finden Sie Lille-Ulas, ein Badeplatz mit Waldumgebung. Von hier aus können Sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu Hilleshög-Tälern kommen. Ein fantastisches Naturerlebnis. Es ist einfach ins Zentrum von Lanskluna zu gelangen. Mit dem Bus, dem Fahrrad oder in 20 Minuten zu Fuß kommen Sie in den Ort, der einst die Landeskrone genannt wurde. Die Stadt hat viel zu bieten, für groß und klein. Es gibt ein reiches kulturelles Leben mit zahlreichen Museen, eine Kunstgalerie und ein Theater. Besuchen Sie die Zitadelle, Lansklunas Schloss aus dem 15. Jahrhundert, das eines der am besten erhaltenen Schlösser mit Wallgraben in Skandinavien ist. Hier können Sie an Führungen, Ausstellungen und mittelalterlichen Ritterspielen teilnehmen. In der Umgebung der Zitadelle bieten sich verschiedene Aktivitäten, wie Sportfischen, Bull und ein Kaffeebesuch an. Und in nur 5 Minuten Fußweg finden Sie eines der schönsten Freibäder Schwederns. Nicht weit von Lansklunas Küste entfernt liegt die kleine Insel Wehen. Auf die Insel Wehen kommen Touristen aus aller Welt, um das berühmte Tycho Brahe Museum zu besuchen oder um ein gelbes Wehenfahrrad zu leihen und die faszinierende Insellandschaft zu erradeln. Nehmen Sie die Fähre direkt von Lanskluna nach Beckwiken auf Wehen und erleben Sie die Perle des Öresund. Von Borsterhüsens Camping und Lanskluna kann man alles in der Region erreichen. Mit dem Zug oder dem Auto erreichen Sie bequem Malmö und über die Öresundbrücke Kopenhagen. Genauso einfach gelangen Sie in Richtung Norden nach Helsingborg und Göteborg. Haben Sie großes Glück, können Sie an einem klaren sonnigen Tag über den Öresund bis Malmö, Turning Toso, die Öresundbrücke, Kopenhagen und die gesamte dänische Ostküste sehen. Und genau das ist es, was Borsterhüsens zum perfekten Reiseziel macht. Wenige Plätze liegen so schön mit kilometerlangen Badestränden und der schwedischen Natur dicht dabei. Urlaub auf dem Borsterhüsens Campingplatz wird die ganze Familie genießen. Wunderschönen Das war so schön, mit nerfühltam.